Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland soll von Neuem beginnen. Bundesumweltminister Röttgen und Vertreter der Länder kündigten heute an, bundesweit würden alle geeigneten Regionen untersucht. Bisher wird ausschließlich der Salzstock im niedersächsischen Gorleben erkundet. Bis zum nächsten Sommer sollen die Kriterien für die Suche feststehen. Opposition und Umweltverbände reagierten skeptisch, vor allem weil die Arbeiten in Gorleben nicht gestoppt werden. Die Suche nach einem Endlager soll erstmals nicht auf Gorleben beschränkt bleiben. Bund und Länder sind sich einig, nicht politische, sondern nachvollziehbare wissenschaftliche Kriterien sollen den Ausschlag geben. Es gibt eine weiße Landkarte, kein Tabu. Und es geht darum, den sichersten Standort für radioaktive Abfälle in Deutschland zu finden. Bei einem Treffen hatten sich zuvor die Vertreter der 16 Bundesländer und der Bundesumweltminister darauf verständigt, bis zum kommenden Sommer ein Gesetz zu erarbeiten, das Kriterien für die Suche festlegt. Geprüft werden sollen Ton- und Salzformationen sowie kristallines Gestein. Solche Vorkommen gibt es vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch in Baden-Württemberg und Bayern. Irgendwo muss das Zeugs einfach hin. Ich meine, so einfach ist die Welt und dem muss man sich stellen. Und dass wir es nun erreicht haben, dass es in Konsens geschieht, ist ebenso wie der Atomausstieg jetzt selber ein enormer Fortschritt. Es dürfe bei der Standortsuche keine Tabus geben, darüber sind sich die Politiker einig. Alle Beteiligten müssen eben auch aus der sonst üblichen parteipolitischen Rolle aussteigen. Ein Baustopp für das umstrittene Gorleben, wie ihn Oppositionspolitiker und Umweltverbände fordern, ist allerdings nicht geplant. Keinen Baustopp, aber einen Entscheidungsstopp hat Bundesumweltminister Röttgen versprochen, jedenfalls so lange, bis Gorleben mit möglichen anderen Standorten verglichen werden kann. 35 Jahre nachdem die Politik Gorleben als mögliches atomares Endlager ins Auge gefasst hat, hat die Politik erkannt, dass nur ein breiter gesellschaftlicher Konsens den Streit um den Atommüll beenden kann.